Franz Emil Lorenz Graf Wimpfen war ein österreichischer Feldzeugmeister. Leben Franz Emil Lorenz entstammte dem alten schwäbischen Adelsgeschlecht von Wimpfen. Er war der Sohn von Karl Franz Eduard Reichsgraf von Wimpfen aus seiner ersten Ehe mit Vikoria von Anhalt-Bernburg-Schaumburg. Einer verwitweten Erbprinzessin von Hessen Philippstahl. Ein entfernter Verwandter war Feldmarschall Maximilian von Wimpfen, ein Kampfgefährte Radetzkis. Im Oktober 1813 trat er als Unterleutnant beim 5. Jägerbataillon in das Kaiserliche Heer ein. Beim Infanterieregiment Nummer 16 machte er als Oberleutnant die Feldzüge von 1813 und 1814 in der Hauptarmee der Verbündeten mit. Den Feldzug von 1815 verbrachte er bei der Friemundschen Armee in Italien. 1822 wurde er zum Hauptmann und 1828 zum Major befördert. Im Jahr 1830 wurde er Oberstleutnant, 1833 stieg er zum Oberst auf und übernahm das Kommando über das Infanterieregiment Großherzog von Baden. Mittwoch, 27. September 1839 wurde er Generalmajor und Brigadekommandant in Triest. Mittwoch, 16. November 1846 Feldmarschall-Leutnant und Divisionskommandant des 2-Armeekorps in Pondua. In der Folge zeichnete er sich unter FML Aspray im Feldzug von 1848 besonders aus. Für seine Einsätze in der Schlacht von Vicenza am 10. Juni, in den Gefechten bei Sona und Sommerkampagna am 23. und 24. Juli und besonders durch die Einnahme der Höhen von Madonna del Monte am 25. Juli in der Schlacht bei Castica erwarb er sich am 27. November 1848 die Kasekundenritterkreuz zum Militär Maria Theresienorden. Im Feldzug von 1849 übernahm er die am 21. März gebildete kombinierte Division und deckte bei Casale den Po-Übergang. Während die Hauptarmee Radetzkis in der Schlacht bei Novara den Feldzug gegen Sardinien-Primont siegreich beendete. An der Spitze der zur Intervention im Kirchenstaat bestimmten Chor zwang er am 16. Mai Bologna und am 19. Juni Ancona durch Artilleriebeschuss zur Kapitulation und übernahm darauf die Leitung des Gouvernemats der Legationen. Im Oktober 1849 wurde er zum Zivil- und Militärgouverneur von Triest und Stadthalter des Küstenlandes ernannt. Für seine Verdienste in Italien erhielt er am 26. März 1850 DK Sekundenkommandeurkreuz zum Maria Theresienorden verliehen. Nach dem Ausscheiden von Vize-Admiral Hans Birch von Dalerupp aus den Diensten der K. K. Kriegsmarine im August 1851 wurde er, da der Bruder Kaiser Franz Josef Scherzherzog Ferdinand Max für diese Position noch zu jung erschien, mit dem provisorischen Oberkommando der Kriegsmarine betraut. In dieser Funktion führte er die Reorganisation der Seestreitkräfte durchaus ersprießlich weiter. Nach seinem Ausscheiden als Marine-Oberkommandant wurde er am 24. April 1854 zum Feldzeugmeister ernannt. Ab September 1854 befehligte er eine Zeit lang das Erste Armeekorps. Im Juni 1859 führte er unter dem Oberbefehl des Generals der Kavallerie Franz von Schlig die Erste Armee in der für die Monarchie verhängnisvollen Schlacht bei Solferino. Am 11. September 1860 trat er in den Ruhestand und starb am 26. November 1870 in Gürz. Familie. Aus seiner am 5. Oktober 1825 in Wien-Hietzing mit Maria Anna Zerzilie Henriette von Eskeles' geschlossenen Ehe hatte Franz Emil Lorenz drei Söhne. Und eine Tochter, Heinrich Emil Bernhard K. K. Rittmeister, war Oberhaupt der gräflichen Linie. Franz Alfons Maximilian verstarb infolge einer Verwundung nach der Schlacht bei Nachod K. K. Oberst und Kommandant des Infanterieregiments Nr. 20. Victor Egedius Christian K. K. Corveton Capitina, Dieter Hofrat, Maria Anna Zerzilie Lemniskate Friedrich Freiherrn von Gagern. K. 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 K